In der neuesten Landssendung muss sich Sarah Wagenknecht gleich gegen vier Gegner rhetorisch beweisen. Ich bin ein Linker. Mir wurde ja gerade vorgeworfen, dass ich das 2014 kritisiert habe. Da sind wir uns ja hoffentlich einig, dass das Faschisten waren und dass auch die Swoboda-Partei eine faschistische Partei war. Darf Frau Mellick einmal den Punkt machen, weil sie war ja da. Du spürst richtig, wie die rhetorischen Schüsse so von rechts und links da fliegen. Was würdest du in einer solchen Situation machen? Ich kann dir sagen, was Sarah Wagenknecht macht und zwar eine von vier Optionen und du darfst raten, welche sie macht. Option Nummer eins, die ist brutal aggressiv. Und ich vermisse wirklich, wenn sie sagen, man darf mit Putin nicht verhandeln. Wie soll dieser Krieg beendet werden?